Yo Leute, was geht denn? Ich bin der Becker mit einer Video und heute ist wieder KS Boge mit dabei und heute bin ich mit das Chameleon. Nein, du wolltest mit den Affen. Und ja, abonniert den Kanal, liked das Video und Glocke aktivieren und ja. Was sollen wir sagen? Ja, richtig. Leute, wir müssen, wir müssen auch, wir müssen auch... So, ich hab die Idee. Hier, ja. Hier? Leute, guck mal. Also wir müssen jetzt lauter reden, weil man hört uns nicht so gut, weil ich nur einen Kopfhörer habe. Und da. Oh, ihr müsst heute reden. Echt? Ah, ja. Leicht, Alter. Nee, 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 nee. Herr Schredo! Ich bin auch neben dir. Affa hat keinen Namen. Nimm das, nimm das. Guck, 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 guck. Warte. Klipp das jetzt hier auf den Link. Was? Hier? Nein. Ja, hier auf der Scholl. Dann mache ich das hier. Guck jetzt. Oh mein Gott, es wird richtig krass. Guck jetzt. Das ist schon so krass. Also, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, liked das Video. Alter. Alter. Ah, ich hab mir geiles rausgegeben. Guck ich eigentlich auch. Du bist auch schon zu schreien. So, müssen wir auch, weil die uns nicht schreien. Komm doch, komm doch. Für mich? Ja, ja. Ja, komm, du bist da. Der hat keinen Namen. Ja, weil du dich gemerkt hast. Okay. Hey. So, die sind hier oben. Der ist scheiß drauf. Der hat sich gerade so selber eine Schelle gegeben, Cas Burgo. Das hat der nicht. Aber der Ache ist voll süß, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob der süß ist. Der ist echt süß. Der ist egal. Ich kann alle gleich klettern. Ich kann alle gleich klettern. Das ist aber hier. Ja, nein. Ich wollte das. Ich kann alle gleich klettern. Chehtee? Ja, ich vermute. Ach k Lars. Oh, scheiße. Nein. Das ist so schön. Ja, das ist so schön. Der ist der ein der Hund weg. Der Acha hat einfach keinen Namen. What the fuck? Ah, da wird keiner loslegen. Das ist richtig geil. Ey, ich wollte von hier so bei den Kampen. Ey, warte. Hä? Hä? Ja? Oh shit. Ich will noch mehr verbinden. Ja, ja, ich noch verbinden. Hier. Und ich tue das hier? Ja. Hier? Hier? Ja. Das ist doch gar nicht. Und ich kölbe da. Ich kölbe da rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ich hab dich dran. Woja, woja, nein! Ich hab dich dran. Oh mein Gott. Wolle mich an schade. Es ist dein Kanal. Das ist mein Kanal. Das ist mein Kanal. Oh, aber das ist mein Kanal. Das ist mein Kanal. Das ist mein Kanal. Ich hab' das. Ich hab' das. Nein, nein. Ich hab' das. Aber du kannst das mal schaffen. Wenn man da eine Treppe baut. Wir kommen nicht mal durch wie hier. Nein, guck mal, was hast du denn gemacht? Ich hab' das mal gemacht. Ich hab' das mal gemacht. Wir kommen nicht mal durch wie hier. Ich kann nicht spielen lassen. Noch drei Runden. Soll ich noch Spaß machen? Die zwei? Nein. Wauw. Schrecklich. Du bist so unten. Wauw. 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 Schreie. Mega nachwo. Wauw. 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 Sollen wir noch eine Runde? Sollen wir ein Video Gangbeef machen? Ja, Gangbeef. Du hast nützlich gedacht, wenn du redest. Wir haben ja schon ein Video von Gangbeef. Ja, aber da haben wir ja dann entschieden. Ich bin bitte eine Bombe. Kommt keine Bombe. Ohoho, in meinen Mund rein, Alter. Jubel, Alter. Also installiert euch das. Ja, das kostet glaube ich 20. 20 Euro per Spielkarte, oder? Ja, ja, eigentlich schon. Und, Gangbeef kennt ihr euch auch. Das ist auch geil. 20, nein, 10, 10. Ja, doch. Das kostet 11 Euro. Und... Walk of Leeds ist kostenlos. Walk of Leeds ist kostenlos. Oh nein! Oh nein! Du kommst doch nicht für mich. Wie der sich da hingelegt hat. Hast du gesehen? Noch eine Runde, oder jetzt Gangbeef? Gangbeef. Also Leute... Wir machen uns den Video. Wir nehmen jetzt noch eine Runde Gangbeef. Dann warten wir euch heute. Weil wir haben dann 3 Minuten zurückgeladen. Dann stellen wir noch eins. Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Also... Tschüss!